Hey Leute, was geht? Georg hier und wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist die ESL-Meisterschaft in ihre letzte FIFA 18-Saison gegangen. Die Summer Season hat begonnen und wir hatten am Dienstag die ersten beiden Spieltage. Denn auch diese Saison läuft das Ganze im Doppelspieltag. Und hier nochmal ein Recap der Ergebnisse für euch. Es ging direkt los mit einem Hammer-Match zum Auftakt The Stranger gegen Gian Yajala, den Titelverteidiger. Und da konnte sich der Mann vom FC Basel im Hinspiel mit 3 zu 2 durchsetzen, im Rückspiel dann aber für Gian das 2 zu 1. Stylo mit einem sehr starken Auftakt, zwei Siege, 4 zu 1 und 2 zu 1 gegen den Zweitplatzierten der Spring-Season gegen Eisvogel. Dr. Hano unterlag seinem guten Freund von Bayer Leverkusen deutlich 0 zu 3 und 1 zu 6 gegen Marv. Hasso und Mo Aubameyang im am Dienstag noch teaminternen Duell. Ab dem 1.8. Mo ja bei Werder Bremen unter Vertrag. Da ging das erste Spiel mit 5 zu 2 an Hasso und das zweite mit 4 zu 5 nach Elfmeterschießen an Mo. Und dann zum Abschluss des ersten Spieltags Asia Kevin mit zwei Auftaktniederlagen gegen Timox, der seine zehnte Top-4-Platzierung diese Saison erreichen könnte. 1 zu 3 und 1 zu 4 gegen diese Spieleraussicht des Team-Expert-Spielers aus. Spieltag 2 hatte ebenfalls einiges zu bieten, unter anderem so ein Klassiker bereits in der ESL-Meisterschaft. Stylo gegen Timox und der Spieler vom Fokus-Clan war richtig gut in Form. 2 zu 1 im Hinspiel gewonnen, im Rückspiel 3 zu 1 vorn gewesen, aber dann der Turbo angeworfen von Timox und der konnte das Ganze noch zum 4 zu 3 nach 90 Minuten drehen. The Stranger setzt sich zweimal deutlich gegen Asia Kevin durch. Jian Yajala gewinnt beide Spiele, dabei das erste 2-1 nach Verlängerung und das zweite 1 zu 0 gegen Marv. Dr. Hano unterlag auch in Spiel Nummer 3 und 4, jeweils mit 2 zu 5 und 2 zu 4 gegen Mo Obameyang. Hasso zuerst ein deutliches 0 zu 5 gegen Eisvogel, dann aber im Rückspiel der 2 zu 0 Sieg und somit trennten die beiden sich also auch mit jeweils 3 Punkten. Die Tabelle sieht nach den ersten beiden Spieltagen wie folgt aus. Timox, The Stranger und Stylo allesamt mit 3 Siegen aus 4 Spielen und damit 9 Punkten. Sehr überzeugend, dicht gefolgt von Mo Obameyang und dem Titelverteidiger Jian Yajala mit 8 Punkten. Dahinter Hasso und Marv jeweils 7, Eisvogel mit 3 Punkten und Dr. Hano und Asia Kevin, die Schlusslichter momentan mit jeweils noch 0 Punkten. Und jetzt aufgepasst, englische Woche, diesmal bei der ESL-Meisterschaft, denn Spieltag 3 und 4 finden bereits heute am Donnerstag, den 26.07. statt. Wieder ganz normal live ab 19 Uhr bei uns im Mainstream ESL-Bparkgaming und im Secondstream ESL-Bparkgaming2. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Die Partien werden wir euch später noch auf Twitter, Facebook und Instagram bekannt geben. Also checkt auch gerne die Social Media Links von uns in der Beschreibung ab und dann sehen wir uns hoffentlich nachher zu weiteren packenden Partien in der Summer Season der ESL-Meisterschaft.